wir gehen zu abu gekauft hier nochmal zweimal nur noch 92 dann gehen wir uns nach hause dann essen wir uns einmal reich dann gehen wir trainieren oh gott ist es der kampf ich gehe mal von aus es ist der kampf wir kriegen die energie nicht dann kämpfen wir haben sie anscheinend auch aufgefunden also wir sind stärker wir haben energie wir haben ihm einfach ins gesicht und los geht's ich hätte auch verteidigen können aber die bindung die runde vorbei passt machen unseren ausweich schritt dann mache ich das doch wieder so wir blocken soll ja jetzt einfach mal ausprobieren ja das ist hart auch einfach an energie aber es ist okay wichtig das ist natürlich gar nichts aber immerhin etwas gute kämpfe sieg ist kein grund zum ausruhen nur ein weiterer grund noch er zu arbeiten das habe ich in einer zeitschrift gelesen jemand auf dem weißt du ich habe dir beim kämpfen zu gesehen und mir ist aufgefallen ich mag es wie du dich bewegst also wenn du versuchst mich anzumachen nein ich meine ich habe dieses gefühl dass du diese bewegung schon mal gesehen dass ich diese schon mal gesehen habe ein guter freund von mir hat sich hat hat sich auch so bewegen das schon sehr lange her jetzt sind es fast 20 jahre du hast wahrscheinlich noch ein baby das ist nicht so vielleicht sein bild das da an der wand hängen wir hatten die hauptrollen in den twin sitters spielen können heiliger strohsack warum habe ich das nicht gleich gemerkt die ähnlichkeit ist unheimlich bist du ein kron meines alten freundes nein es sieht so aus als wäre er nur mein vater oh ja das habe ich schon gedacht ich wüsste gar nicht wo ich anfangen sollte er schon so lange weg aber wenn es in dieser stadt eine zuverlässige information quelle gibt dann ist die berühmte digital archiv in der oberstadt alles archiv was ist das ist eine sammlung aller informationen die wir seit der erschaffung des universums haben wir haben einfach alles sogar das video mit pam und tommy wenn es etwas über deinen vater herausfinden gibt wenn es ist garantiert doch wie kann ich dorthin kommen menschen mit 9000 gpp kennen dürfen die überstecken der weg dorthin ist also lang und mühsam und der beginnende silberliga erzähl mir etwas über den vater er war stark manche würden sagen der stärkste wir waren freunde beste freunde könnte man sagen und gerät ständig in verschiedene lustige situationen viele lustige geschichten könnte man sagen und kannst du mir die mir eine davon erzählen aber sicher lass mich mal überlegen was ist das was die lustigste erinnerst du dich an etwas sei nicht so streng wie mir junge in meinem alter wirst du dich auch an nichts mehr erinnern wir haben nichts mehr essen haben wir aber noch was zu essen wo sich denn das da müssen wir nur abus laden noch mal rein dann kaufen wir uns noch mal zweimal jetzt habe ich drei davon hätte doch noch was zu müssen die nimmt sie automatisch das ist doch dumm dann kaufe ich immer nur eins dann arbeiten wir da dann arbeiten wir woanders aber haben wir bald die beförderung auch hoffentlich kein nächtliches ja hab's verstanden große und da ja auch einmal kauf war das hier ja aber wir können es erst kaufen wenn wir so viele punkte davon haben ich verstehe ja aber richtig ich glaube wir kriegen hier aber weniger anmeldungen verfügbar ja wir melden uns das gleich an ich nochmal einmal durch bitte richtig sehr schön am 160 dole wir haben auch noch einmal essen daheim und melden uns an o gegen song das ist aber ein bisschen besser als wir weiß ich nicht ob wir das schon probieren sollten wir kaufen wir kaufen glaube ich erst einmal das laufband weil wir dann halt schneller sind auch in der stadt ich habe lang handelte ich glaube das macht gar keinen unterschied das gewollt sondern es geht auch Ich überlege, also ich habe noch gar keine Idee, in welche Richtung ich gehen soll. Also wirklich gar nicht. Er ist nur auf Stärke. Er braucht wenig Energie, wenn man das macht. Komm, wir kaufen jetzt den und dann kaufen wir hier den Aschenbar und dann zeigen wir uns ein. Dann gehen wir nach Hause, dann trainieren wir. Äh, vorher könnten wir nur mal was essen. Mal ausnutzen, wenn sie noch schläft. Äh, wo ist er denn? Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Ah, hier. Ah, wenn du ein bisschen krasser punchen sagst du, wie es ist. Okay. Dann gehst du schlafen. Wie kann man denn zu hungrig sein, um zu schlafen? Das zu verstehen. Äh, ja, was ist jetzt? Henry? Nee. Oder auch nicht. Ähm. Ähm. Jetzt zu Henry. Wir essen vorher. Jetzt gehen wir zu ihm. Funktioniert? Nee. Geht nach außen, schlaft weiter. Nach außen. Außen schlaft weiter. Weg war es noch nicht so schlau, dass ich gleich die ganze Kohle rausgeballert habe. Eigentlich kein gutes Investment. Okay, wir haben aber wieder Max. Jetzt gehen wir doch nochmal zu ihm. Vielleicht gibt er uns jetzt was? Boah, alles. Danke. Uwe, dein Training ist toll und so, aber vergiss das Geld nicht. Du musst ein bisschen sparen, damit du nicht solche Situation gerätst. Natürlich werde ich dir helfen. Hier, nimm das. Wunderbar. Kommen wir rein. Jetzt gehen wir auf die Fabrik noch mal ein bisschen arbeiten wenigstens. Aber ich krieg da wahrscheinlich nicht Geld voll, oder? Mach keine Faxe. Oh, genau richtig. Sehr schön. Gehen wir zu Apu. Dann laufen wir mal wieder. Gehen wir nach Hause. Sie pennt noch. Dann gehen wir noch einmal an. Perfekt. Haben wir wieder ein bisschen was. Gehen wir zu Bobo. Ich hab das Gefühl, dass du bei dem halt den ganzen Tag arbeiten könntest. Oh, das ist okay. Oh, das ist okay. Oh, das ist okay. Oh, das ist okay. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Wo sehe ich denn das nochmal? Ich weiß es schon nicht mehr. Äh. Ich weiß nicht dafür ins Fitnessstudio gehen. Ähm, wann der Kampf war. Das weiß ich gerade nicht mehr. Gehen wir einfach nochmal rüber. Aber hätten wir da nochmal so viel wie können, dass wir halt kein Essen mehr haben. Das war jetzt. Dann gehen wir nochmal zu Apu. Gleich um die Ecke. Dann laufen wir. Macht ja auch gar keinen Sinn, wenn ich mir das so mache. Macht ja nur das Sinn. 1, 2, 3. 3 gehen. Dazu. Hat's für den 4. nicht gereicht. Bestimmt, sie ist wach. Richtig. Essen zweimal. Fast voll. Wir gehen nochmal schlafen. Kampf ist verfügbar. 12 Stunden noch. Ne, wir würden Energie verschwenden. Wir holen uns noch ein bisschen Spaß ran. Hätte ich gesagt. Obwohl Energie dabei auch flöten geht. Wie Max. Ist doof. Na gut. Anscheinend ist es Max. Dann kämpfen wir glaube ich jetzt schon. Ja komm. Kämpfen. Wir sind stärker. Wir hätten mehr Ausdauer. Wir haben aber dafür auch mehr Leben. Wir haben noch ein bisschen. Ähm. Ich sag mittlerer Tritt. Ich sag mittlerer Tritt. Ok. War immer Risky. Ich versuche noch nicht mehr zu. Mir geht es noch ein wenig, ey. was macht er dann zweimal ausreichend dann mach ich das jetzt auch er haut mich zweimal der tritt ja und einmal treten halt mittig naja wir probieren es er war wichtig die ausdauer die ausdauer macht mir echt zu schaffen wir machen gar nichts müssen sparen Mist, 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 die ausdauer geht runter ich nehme das auch weg ich nehme das auch weg ich nehme das nur mit einem angriff ja, Hackerei Alter, war aber knapp da muss ich mich noch rein fuchsen wie das am besten funktioniert 180 Punkte bekommen bis 11 bis 25 ah, sehr nice ok, haben wir das auch und wir noch 2 nutze ich das? ganz egal wir müssen ok, den haben wir dann gehen wir zur Fabrik arbeiten wir die Nacht durch ich kann uns schon wieder anmelden ich glaube ich melde mich für den Kampf jetzt aber mal nicht an ok weiß gar nicht, haben wir jetzt noch? haben wir noch was zu essen daheim? ich weiß es gar nicht oh, denn heute ist es schwach es muss ein geomagnetischer Sturm im Anzug sein oh, ich frage ja nur umgehen aber da du ja sowieso rausgehst könntest du mir bitte etwas gegen meine Kopfschmerzen mitbringen? natürlich Mama, kein Problem wenn ich das nächste mal da bin besorge ich mir in Aposladen ein paar Schmerzbecken ja selber mach dich fertig ich muss jetzt schlafen gehen gute Nacht mehr so und macht nicht wieder viel Lärm ich verstehe noch nicht warum die tagsüber schlafen habe ich noch nicht ganz verstanden aber ich bin vielleicht auch nicht die Hellste gegen wen wäre das denn? schon gegen verrückter Mike ja ne 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 das kann man ne 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 das mache ich noch nicht ne 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 das kann man die Förderung jetzt die erste das ist das big ey Schleimschläger ja das ist ein typ er mag deine Arbeit nicht warum nicht sagt er kann besser auf schleim einschlagen als du es ist ein wettkampf so ähnlich ich würde gern sehen wie du ihm das gegenteil bereist und den schlagen kannst bekommst du sein job los geht's ich habe gar keine ausdauer das hat mir niemand gesagt ich habe keinen ausdauer für den der kassieter gar nichts Das wiegt nix, mein Lieben Nop, nop Wenn ich die Ausdauer gehabt, die volle dann hätte es geklappt Ja, es ist unsere erste Niederlage Wie schade, ich hatte mich schon darauf gefreut, den Kerl zu feiern Hey Tut mir leid dort, niemand mag dich Das war ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen Bringt nix, müssen schlafen Okay Mal wieder Max Abu Hallo Abu Hallöchen Schmerztabletten Schmerztabletten Aber sicher doch, du solltest dabei immer Acht geben, dass du dich nicht überanstrengst Oh, die sind nicht für mich, die sind für meine Mutter Sie ist heute nicht so gut drauf Wie bedauerlich Nun, hier ist deine Medizin und bitte gib das auch deiner Mutter Geht aufs Haus Ja, wie Klar doch Schönen Tag Ja, auch Wie geschenkt und sowas Was gehen jetzt also Wieso sind der jetzt auf einmal so Wissen der jetzt so, ne Äh Wir hoffen, es sei fairer, wir bekommen beide was wir wollen Ja klar Voll fair Ich habe noch mehr, wenn du willst Aber die kostet 200 Dollar Was? Aber die Ware und die her Die Nachfrage umso höher der Preis Das ist das Gesetz des Marktes Bringt nix nach Abzucker Wenn du was willst, musst du dafür bezahlen Oder du kannst nochmal 50 Jahre warten, bis der Preis wieder sinkt Okay, ich hab's verstanden Okay, haben wir wenigstens das Dann kaufen wir uns das so rein Dann gehen wir zu Henry Henry Gib ihm eine Kassette Ey Koppel, du hast eine Videokassette Ist das das einzige was Apo hatte? Nein, er hat noch mehr Warum hast du dann den Rest nicht mitgebracht? Apo ist ziemlich gerissen Ah Ich verstehe Er steht nichts auf dem Band Ich frage mich, welcher Film drauf ist Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es ist etwas Sehenswertes Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden Film abend Film abend Film abend Film abend Film abend Ich frage mich, welcher Seite ich jetzt wieder nicht verstehe Film ansehen Film abend Film abend Film abend Film abend Film abend Meine Nase ist gebrochen Wie sieht sie aus? Wie sieht sie aus? Viel besser Wenn du eine andere Kassette findest, weißt du was du tun musst, bringen sie mir das habe ich jetzt sogar auch mal verstanden aber ich nicht gesehen wo bist du ich verstehe ich schaue film und dann schalten wir es wie viel film ist noch gibt also selbst brauchen wir das kann ich mir noch 15 soll das mit welt aufwunden kannst du es auch richtig ist erst sehr wichtig punching bag haben wir jetzt ein bisschen hochgeschraubt wir gehen nach hause bringen unserer mutter schmerztabletten schon zurück hast du bekommen worum ich beten habe klar der ladenbesitzer hat dir auch noch ein kleines geschenk mitgegeben um dich aufzuhalten wie lieb von ihm und das ist meine lieblingsschokolade weißt du was ich fühle mich gleich schon besser warte wirklich bedanke ich bei dem netten man das nächste mal in den laden gehst ok oder warte mal sollte ich mich nicht lieber selbst bei ihm bedanken dieses gespräch ist offiziell zu peinlich um es fortzusetzen später habe ich doch ein schnick ich habe gedacht einfach gleich mal reinhauen oder schauen wir mal wie effektiv das jetzt ist ok ja doch gesagt auf jeden fall wir haben gleich kein essen mehr ich sag's und das ist schon passiert wir gehen zu henry der mag uns ja ah nevermind henry henry hätte dann kann ich trotzdem bei ihm vielleicht abziehen schon wieder diese müden augen du steckst schon wieder in der klemme nicht wahr ja musst echt anfangen dich um dein geld und dein ess zu kümmern verstehst du kann ja nicht dauernd helft verstehst du das gut hier nehmen dir etwas popcorn das nächste mal deine mutter nach essen alles klar dann können wir arbeiten die energie reicht mir nicht die energie reicht mir nicht oder meint ihr die energie reicht die energie reicht oder ich mag also jeder aber mich mag niemand was ich weiß nicht ob ihr den soundcard gehört aber das ist das nächste video das gerade hochgeladen ist wie sehr werden sie dich mögen denn ich hab's nicht gelesen jetzt okay ach ich habe schon ich hatte gar kein full life sowas ob ich das ausweichen will wenn er nicht einmal ausweichen Ah, next Junge, war ich doch bitte aus Einmal geht die Ausdauer nämlich runter Oh, das ist nicht gut Das ist gar nicht, gar nicht gut Wieso hat er nicht gekämpft? Ruh er zweimal Becken im Tor, Alter Cool Was hast du gut gemacht? Genieß deine Beförderung Schlagwettkampf Ich hoffe du genießt es, gefeuert zu werden Das sicher ist würdiger Wesen unserer Kampfschule beizutreten Was ist das für eine Schule? Sie heißt Ar... 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 Kido Alles sehr geheim Sie konzentriert sich auf Ausdauer und Stärke Unser Motto Halte durch bis zu dem Moment, an dem der Feind keine Gesundheit mehr hat Nenn ihre ständig deine Muskeln, um sie voll auszunutzen Okay, ich hab's verstanden Dankeschön Nice Das ist ja eine Kampfschule freigeschalten Herzlichen Glückwunsch Hier findest du alle deine Kampfschulen Durch eine Runde wird mehr Energie Der Gegner leidet mehr Schaden, wenn er niedergeschlagen wird Ja Blocken Okay Das ist ja eine Kampfschule Das ist ja eine Kampfschule Das ist ja eine Kampfschule Das ist ja eine Kampfschule